Also, bitteschön! Ich hätte an den jungen Mann, der hat Portemonnaie gezeigt hat und sagt, er hat kein Geld, er verdient kein Geld mit seiner Musik ist ein Befeist dafür, wie beschissen seine Musik ist. Denn zu dem jungen Mann hier, der gesagt hat, von Wolfgang Petri der Wolfgang Petri erwähnt hat, Wolfgang Petri macht mit seiner Musik Millionen. Ich hab Angst vor euch, ihr seid immer zurück und ich bin allein Ich hab Angst vor euch, ihr werdet immer Eine Erde von Windescharfem Wein Eine Erde von Windescharfem Wein Eine Erde von Windescharfem Wein